Herzlich Willkommen zurück zu einer neuen Folge von Ähm Ballos G3, ich hab grad überlegt, ja ich glaub ich werd einfach weiter Ähm Können wir dich eigentlich angreifen? Können wir Einmal Einmal Ich glaube nicht, der ist der kritische Öp, öp, öp So war das nicht gedacht Na gut, dann bist du jetzt weg Let's have a look Hätten wir sie vielleicht zu Hm Ich lad das grad nochmal und guck ob wir vielleicht sie zuerst umlegen müssen Vor dem Teufelchen Dann warte ich nämlich schon mal ne Runde Dann warte ich nämlich schon mal ne Runde Hä? Dola! Das sollte ich dann erledigen Ah, dummer, ja, aber dann verziehst du dich jetzt, ne Aber wir haben noch eine Runde Genau, du hast Fernkampf, du kannst da bleiben Ähm, das war so nicht gedacht There's blood in the air Hmm Gut, das hat funktioniert, sehr schön Nehmen wir's doch so Gut, haben wir sogar gut hingekriegt Na dann Höll, Lichthandschuhe Uh Gibt's Unterwäsche, ab und zu Lager damit Schlüssel Raffanels Tersor, gerne So, jetzt ziehen wir den Rest nochmal an Ja genau, du machst halt ein bisschen mehr Schaden dann durch, gut Gar nichts mehr an Sehr gut, okay, das ist ja auch dann noch schwere Rüstung Können für dich mal ein paar neue Ringe kaufen, sehe ich gerade So, ist das auch bezählen durften, das war er Gut, haben wir so zweimal Ähm Genau, das würde ich dann gerne mal entschärfen Ja, da ist ja wahrscheinlich der, der, äh, Tresor hinter Würde ich mal schätzen Cool So Dann haben wir einmal Notizen Und noch eine Menge Seelen Das kriegt Karlach Meine Welt hat sich gelohnt Der Vertrag ist unterzeichnet Und das bedeutet, dass ich Der Krone von Kasus so nah bin Wie an dem Tag, an dem Nasseril fiel Doch dieses Mal bekomme ich sie Und Fürderhin wird in den Höllen vieles anders sein Der Vertrag wird sich im Archiv verwahrt Als Schlüssel Zu meinem größten Erfolg Von einem Kennwort beschützt Wie soll das lauten? Vielleicht gibt mir die Sehnsucht meines Herzens Sehr schön Okay Dann haben wir das Sonst noch was mitzunehmen? Ähm, äh, diese Genesungshahn Gut Du hast wohl gerade außerhalb der Reichweite Gut, zumindest sind wir geheilt Das ist ja schon mal viel wert Und du hast noch deine Dings wieder zurück Oh, das ist quasi eine kurze Rast Ihr habt alles zurückgekriegt Sehr schön Also quasi eine lange Rast Cool Okay, dann holen wir uns mal den Vertrag Well, hello Okay Gebt mir die Sehnsucht meines Herzens Wahrscheinlich Gut Danke fürs Speichern Bist du gerade abgestürzt? Sieht leider fast so aus Ne Es hat nur lange gebraucht Na dann Weg damit Your blood Your blood suddenly runs cold Raphael knows what you've done Just rang Raphael's tin bell Zoom This is delightful You have what you wanted But you cannot leave Lest all hells break loose Okay Auf geht's Auf geht's What are we here? Shall we? Never a dull moment Curse to put my hands on everything I've got good news I've got good news A bad news A worst news Good news You got what you came for Successful visit Great success Fantastic work Bad news So many things will be on fire When you step outside of this room You included That's okay No right It's hell You expected it to be hot Worst news Raphael's on his way home And oh boy Oh boy He is Spitzing mad He planned for this I know he did You have everything under control It's really important that you don't panic Even when your eyes evaporate from the hate Come to my prison Bring the hammer Break my chance That we exits Danny which way Ich komme So Alarmierender Schuldner Dann Hauen Weiß nicht Sollen wir euch umhauen? Dann wurde ein rachsüchtiges Wildschwein daraus Habe ich Zeitmangel? Scheinbar noch nicht Löt? Wieso kann ich nicht zweimal angreifen? Ah weil ich schon einmal angegriffen habe Okay Ich vielleicht einfach sein lassen Was hat denn das Ding für eine Rüstungsklasse? Rechts hier soll doch eigentlich reichen Na gut Aber halt super resistent Ähm Oder ich lasse es halt einfach Ähm Wieso kann ich das nicht angreifen? Gut Schame kritisch Oh Oh Vielleicht hau ich das dann doch erst mal um. Zumindest du kannst dich schon mal laufen. Oh, was haben wir denn da? Oh, relativ viel. Mal gucken, was ihr drauf habt. Macht alles schon mal Schaden. Sehr gut. Dann rennen wir aber auch schon mal, ne? So, ich hätte bei dir jetzt gerne die Schutzgeister, mit gleißendem Schaden natürlich. Das wirkt nämlich bei dem. Ja gut, das war die Aktion dann leider. Obwohl, du kannst auch noch mal laufen tatsächlich. Muss dann da drin warten. So, du kannst dich eigentlich schon mal bewegen. Da hin. Unter mich, drauf feuern. Ist da brauchen wir dann halt nicht. Ich gucke erst mal, was die machen, bevor sie sich nachher verwandeln. Autsch. Und solange ich nur laufe, ist mir das recht. Was war das jetzt? Okay, ich verwandle euch hier. Fuck. 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 Okay. Ja, dann musst du mal grad einstecken, Kollege. Ich denke mal, das geht auch drauf. Ich will aber trotzdem weiter auf das Ding einprügeln. Mach. Einmal. Zweimal. Dreimal. Dann laufen wir noch mal ein Stückchen. Mach. Ist okay. Okay. Gut, du bist eigentlich jetzt fertig. Äh, mit dir wohl. Ja, dann müssen wir jetzt leider nochmal. Ja, das hat zumindest bei dem Viech mal gereicht. Sehr gut. So, du hast noch Dings. Dann, ich glaube, wir müssen dir auch ein bisschen bessere Heiltrinke geben. Time to push my luck again. Ähm. Das ist eine Aktion. Schätze mal. Gut, dann nimm halt erstmal einen davon. Das ist besser als nix. Dann wärst du fertig. Ich... Ah, vielleicht können wir hier platt. Bist du lahmgelegt? Oder? Ah nee, der. Blut? 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 Blut hat durch irgendwas lahmgelegt. Blut? 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 Blut. Dann tun wir das doch mal. Ähm, Interesse halber, was ist da drin? Nichts. Gut, das hat sich erlaubt nicht gelohnt. Dann nehme ich lieber die Punkte zum Weiterlaufen. Obwohl das glaube ich jetzt nicht so viel ausmacht. Aber ja, ich glaube, das wird. Ich glaube, das wird. Wie gesagt, noch wird nicht angezeigt, wie lange es dauert, bis Raphael kommt. Ich glaube, die Gegner haben wir einigermaßen im Griff. Das ist ein Gelegenesangriff, den du abkriegst. Na, das passt doch. Cool. Was haben wir da noch? Ach, vielleicht auch noch zwei. Ja, wird, 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 wird. Gut. Gut. Macht keinen Sinn. Hm. Ha. Dann kriegst du noch mal einen Schlag ab. Aber was hast du denn eigentlich? Ja, schade. Klingt nix mit Gift. Klingt nix mit Gift. Cool, cool. Ich glaube, ich speise das gleich mal. Läuft der gerade ganz gut, habe ich den Eindruck. Genau. Oh, das brennt auch nicht mal sehr praktisch. Dann... Dann... Erlegen wir dich mal. So, du kriegst beim nächsten Mal noch einen drauf. So, du kriegst beim nächsten Mal. Geht hin. Tuha. Ja, du brauchst dringend Heilung. Obwohl ich jetzt hier Massenheilung machen könnte. Aber gut, dann... Das hat so funktioniert, wie ich mir das gewünscht hätte. Super. Da du noch einen Nebelschritt hast... Machen wir es doch mal. Okay, dann haben wir glaube ich jetzt alles. Oh, du kannst sogar noch laufen. Ja, alles klar. Astarion, den bitte mal umlegen. Ja, er hätte es hier sowieso verwandelt, von daher... Ist das in Ordnung? Hm... kurz gucken, was du hast. Ah. Passt zu weit. So, und du musst halt nochmal angreifen, sonst ist der Dings ja weg. Einmal. Zweimal. Gut. Gut. Und jetzt geht es natürlich auch. Dem Abgeben. Ready. Gut. Es war... Wir spurten mal. So, genau, du hast auch nichts mehr fürs Erste. Du kannst sogar noch angreifen. Ja, vielleicht erst mal den umlegen und dann die... Passt. Gut, dann beenden wir hier das letzte Mal die Folge. Ich bedanke mich schon mal fürs Zuschauen. Auf jeden Fall hat es Spaß. Seid beim nächsten Mal dann wieder mit dabei. Bis dahin. Macht's gut und ciao, ciao.